und ein herzliches willkommen zurück zu bayonetta beim letzten mal haben wir gegen john gecatcht und nun müssen wir in kapitel 6 die tore zum paradies betreten und ja da spielen wir erstmal rein würde ich sagen ich muss sagen ich habe den anfang dieses levels schon mal angespielt ich habe aber die aufnahme in die torne getreten weil ich vor einem glaube ich eine halbe stunde vor einer sache stand die ich nicht geblickt habe aber jetzt weiß ich bescheid und mir stehen keine halbe stunde davor ruinen des umbratest geländes hurray so kommen erst mal hier raus das habe ich noch im kopf hier ist nämlich etwas drin was ich haben wir und zwar die schlittschuhläufer op 183 eine weitere engels hymne und so hier sind noch einige sachen die wir einsammeln können täten war sicher jetzt erst okay so wir sagen wir noch mal mit anderen kram ein und immer alles kaputt das buch hinten ein ja eben hier ein bisschen mehr vor das mikro so buch haben auch entering wie gritt das klingt einfacher als man denkt man muss nur natürlich erst mal drauf kommen aber da ja seht ihr ja gleich so als freunde wo seid ihr denn ich habe noch ganz schön rein freundchen aber hinterlässt sich er aufgehangen und war so nicht freundchen und so der auch kaputt freund so nicht ja ja jetzt hau einfach drauf mensch so wird auch aufgehangen alles klar gut so jetzt haben wir da sind die komische schalter da und hey eine goldmedaille ähm so das sind jetzt hier nehme ich jetzt wie folgt aus wenn wir noch zeugs rumliegen ich nehme das große spät mit so und zwar leuchtet hier hinten ein licht auf und wir treten auf diese platte also wenn wir auf diese platte treten kommt da hinten ein licht wenn wir darunter gehen ist das licht weg so und ich habe ungefähr eine halbe stunde gebraucht bis ich mal verstanden habe also bis ich wieder drauf gekommen sind wie wir in diesem modus hier kommen wo wir als biest rum rennen weil ja denn hier steht auf der oberfläche befinden sich abdrücke die von biestern stammen könnten sieht aus meiner abschalter darauf musste ich erstmal kommen ich hatte zwar im kopf dass man sowas eventuell machen muss ich wusste nur nicht wie man wie man wieder in diesem biest modus kommt so deswegen habe ich eine halbe stunde vor diesem blöden tor gestanden und dann die aufnahme in tonne getreten aber okay so ich habe ich weiß dass hier oben noch bevor das irgendwer sagt dass da hinten ein rabe rum sitzt ich komme an den aber nicht ran ich finde ich höchstens wenn ich das dann gleich so versuche aber schaue ich nicht alles klar so dann wollen wir noch mal moisen genau wir sollten ja das mädchen retten und dort ist ein mädchen aber glaub mal hier sind auch noch ganz andere sachen die mitte kommt mir ziemlich respekt vor okay ja ich weiß du kannst super tanzen die hextstatus auch in schlechter verfassung es sollte ein leichtes sein hier zu ihrer früheren herrlichkeit zu fällen hey kumpel die mitte die mitte die mitte die mitte so kontateien und wir drücken y aufs maul und wer soll den rest geben wir noch per hand so das war noch mal eins na komm schon dann ist kärchen wir gehen näher an den rang kommen aber das gleich mal so einfach aber das vier abwerten sind jetzt hilfe fliegt das hier rum ja oder sau schießt doch nicht während du fliegst wie sie sind jetzt es ist ja wo sie jetzt schon wieder hin verdammt mal mal ich dachte jetzt konnte man mach doch mal was nicht das das auch nicht ja natürlich ja ist klar ich hasse dieses wie ich auch gerade keine konteroptionen gibt ach jetzt doch wieder natürlich alles klar zeit zum auffressen 600 und wer und fressen lassen vom führchen das freut sich doch 200 300 500 550 gigatonnen damit wir auch der kopf abgerissen da fehlt nur noch die obligatorische rülps nach runter schlucken so alles andere als glanzvoll aber okay damit das tor wieder auf die statu auch wieder heil und wir kriegen noch etwas nicht schade aber ich habe ein paar kombos gehabt sowas können wir jetzt ach so die sommer schreckt die fontänen äh okay so damit wären wir sicher oben angekommen gibt es hier noch irgendwas anderes ich sehe noch ein paar seiten gehen da kommen wahrscheinlich so hin ansonsten ich will hier mal ungern was auslassen aber okay was das okay aha da rennt das kleine mädchen oh nö oh doppelnö auf vierfach achtfach nö gibt es da ein muster wo die die donne die viele kann der kann der ist boah alter und mit magie fest verschlossen ist es ja echt das soll man jetzt noch machen höchstens gucken ob wir wenn wir kommen nicht in einem stück durch hatte mal jetzt stehe ich wieder vor dem soll ich noch irgendwas kaputt hauen ist hier noch irgendetwas aha damit ist der schritt schon mal wieder aus so die kollega haben wir auch schon länger nicht mehr so reiner mein kumpel du blöde sau so gut dann fährt das wieder an keine glanzleistung wie gewohnt so ein buch und zwar notes on the topic of magic äh band 4 bisschen kurz vorm abnütteln ach nö nicht die beiden schon wieder na komm ach nee hier war es ja drehen bei denen stimmt ja da kommt schön rundherum und bärm bis er hier wieder drauf was soll ja ein tod so auch so selten ihr leben aufgeladen kriegt könnte auch daran liegen aber zu blöd bin aber es gibt es noch eine andere waffe die ich stattdessen lieber benutzen möchte gerade nicht so kollegen mensch es ist doch ein witz so einfach nur ein dreckiger dreckiger witz nutzer haben wir auch nicht mehr ich kotze im strahl ja es ist doch man weiche ich einfach zu viel aus oder zu wenig oder hat irgendwer ein tipp für mich da kommt schon Und komm So Aber natürlich noch zwei Natürlich So Und du kriegst jetzt hier einmal die Quetsche Quetsche So Kompromissig voll für den Arsch Aber was soll's Das erfährt noch nicht vorbei Okay Das ist mir ein wenig Suspekt Um So Auf den Arsch Und Kopf ab So 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 irgendwer noch was zu sagen hier nein eine scheußliche giftige flüssigkeit füllt den bereich unter der brücke erscheint so gefährlich zu sein menschlicher form über die luke zu springen war okay immer lieber die hände hier mit so so immerhin irgendeine medaille ich habe es jetzt nicht lesen können ihr frumpelt das ist ja 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 Du hast mich verletzt, nicht wahr? Hat jemand anderen einen Augenblick verletzt? Oh, mein Gott. Was sagt mir, dass ich das schrecklich sein werde? Ich sehe die Liebe. Sie ist die Schlüssel für Ihre Zukunft. Was ist denn jetzt kaputt? So, aber jetzt wo wir gerade am Camp sind, ich will es gerne mal ausprobieren und zwar, muss ich gerade den Akten nachgucken und zwar, was war das denn hier? Ne, das war es nicht, das war es nicht, nein, das war es nicht, nein, das war es auch nicht, Buch der Umbra-Künste, Spezialtechniken, Umbra-Portal-Tritt, so wie geht es nochmal, ZR und A, ZR und A. Würde ich gerne mal ausprobieren. Achso, ich muss es dann wahrscheinlich an der Stelle machen, okay. Okay, wow. Und einmal beamen. Und wieder einmal beamen. Zack. Und wieder noch. Und wieder beamen. so ein jungfrau jack so auch kaputt was das alter schwede freundchen so nicht hilfe warum der mami so wie so 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 Es wäre wirklich schrecklich. Also, keine Angst zu schreien. Ja, Mutter. Alles gut. Du musst du einen starken kleinen, um in einem Ort zu leben. Was ist dein Name? Ceresa. Ceresa? Du bist nicht von Figrid, oder? Woher bist du? Ich bin von meinem Haus. Präzise Aussage. All hazard a guess, this isn't your home. So, was on earth are you doing? Mein Daddy told me to come here. And whereabouts is this Daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he is born. I want to go home. I can't just drag you along wherever I go. So you better not be getting attached to me. Yes. Mommy? Come now, little one. I'll help you out of here. But that's all. No. And you have to promise, there'll be no crying. A single tear, and you'll be crying alone. You got it? Okay, Mommy. Ja, die geht voll auf in ihrer Mutterrolle. Jetzt habe ich so ein kleines Mädchen hinterher laufen. Ach, Mann, oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part an dieser Stelle weiter. Äh, ich bin gespannt, wie weit uns das noch hören wird. Oh, man. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Tschüss.